Und jetzt zeigen wir euch zum Abschluss noch einen Trailer zu «The Sword Identity», welches ebenfalls in dieser Woche auf DVD neu erscheint. Dabei wünsche ich auch ebenfalls viel Vergnügen. Ich werde dir eine Nachkampftechnik beibringen. Wenn sich jemand durch die vier Tore der Vuyi-Gasse gekämpft hat, hat er das Recht, seine eigene Kampfschule zu eröffnen. Das ist ein Piratenschwert. Das darf nicht im Land verbreitet werden. Dieses Schwert kämpft gegen die Piraten! Du hättest uns damals töten sollen. Wieso duldest du, dass deine zweite Frau mit ihrem Leibwächter ein Verhältnis hat? General, der Pirat! Sag mir dein Geheimnis. Dann sag ich dir meins. Wie heißt diese Stockkampftechnik? Gegen den Schatten. Gegen den Laut. Über Leben und Tod entscheidet die Geschwindigkeit. Lass uns sehen, wer von uns beiden schneller ist. Gute Musik ! Schnitt!